Maggi fix für warmes Wasser. Was? Was ist das? Genug. Wir werden verformiert. Das mal so. Das ist kein Hochbekommen zuerst mal. Das wird nichts. Das wird morgen lustig, einen Kaffee zu machen. Das Ding hat, glaube ich, 430 Grad oder so. Und es geht immer aus, weil es zu warm ist. Nein, das geht nicht aus, wegen der Hitze. Weil es schieben ist. Nein, das ist gar kein Problem. Es geht von dem Wind aus. Ja, genau. Da sind wir in der Handwerke. Der geht jetzt wieder rein. Pass auf. Wer hat hier gekochen? Nein, ich finde es sehr windschutz. Es gibt nicht mehr Endstille, es gibt Windstille. Das ist so spannend. Ich muss es einfach sehen.